Hallo, ich bin die Angelika Schmalbach, bin verheiratet und habe zwei Töchter und bin Mitglied bei der Familie Austria. Das ist ein historischer Verein in Österreich mit Mitgliedern aus der ganzen Welt. Die Familie von meinem Vater kommt aus der Batschka und ich wollte Ihnen heute ein bisschen über die Batschka erzählen, über die Geschichte und auch über die Forschungsmöglichkeiten für alle, die dort auch Familie suchen.